Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Waldfragestunde, aber vorher noch ein paar Dinge kurz in eigener Sache. Geht circa drei, vier Minütchen, könnt ihr notfalls überspringen, wenn es euch nicht interessiert. Erstens, herzlichen Dank für die Teilnahme und weitere Anmeldung an meinen Waldführungen. Das sind zurzeit ein Haufen Leute, die da Interesse haben. Auch einige ein bisschen speziellere Wünsche dabei. Alles sehr gerne, alles wunderbar. Da freue ich mich sehr und genieße die Gelegenheit, jetzt auch mal wieder mit Leuten in den Wald zu kommen, nachdem man ja doch lange Zeit größtenteils nur Kontakt mit der eigenen Frau hatte. Nicht, dass das schlecht wäre, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Zweitens, meine öffentlichen Führungen, also Gruppenführungen im Kalf, die gehen eine Stunde länger als ursprünglich konzipiert. Wer also dachte, oh, fünf Stunden, das klingt aber super lang, das ist mir zu lang, da werde ich nicht mit. Es sind sechs. Möglicherweise auch ein Hauch, ein Hauch mehr, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. Aber ja, ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Die Strecke ist für die meisten Leute, die nicht sehr viel Geländeerfahrung haben, dann doch ein bisschen schwieriger zu bewältigen. Damit ist das Lauftempo etwas kürzer und etwas langsamer. Und über die Gesamtstrecke zieht sich das dann doch so weit in die Länge. Und ich muss dann auch bergauf hier und da noch ein extra Päuslein einlegen, beziehungsweise noch eine Extrasache an dem Ort erklären. Und das heißt, ja, dadurch zieht sich ein bisschen weiter in die Länge. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, nichtsdestotrotz, alles andere bleibt beim Gleichen und das einfach terminlich einplanen. Ich denke trotzdem, ich denke so ziemlich jeder, der mich einigermaßen kennt, kommt nicht auf die Idee, er würde eine kurze Veranstaltung bekommen, wenn er mit mir in den Wald geht. Falls doch, dann möchte ich nochmal vehement darauf hinweisen, nee, im Regelfall ist es nicht besonders kurz. Kann man ja viel über mich sagen, aber dass ich mir zu wenig Zeit nehme für sowas, gehört sicherlich nicht dazu. Gut, und ein letztes noch. Aufgrund der Führungssituation und technischen YouTube-bedingten Gründen könnte sich die Frequenz des Videos heraushauens derzeit ein kleines bisschen verkürzen. Das liegt vor allen Dingen, ja, zwei Faktoren. Erstens, ich bin sehr beschäftigt. Zweitens, ich, beziehungsweise YouTube, demonetarisiert derzeit, also der olle Algorithmus, der dafür zuständig ist, zu sagen, ob da ein Video jetzt werbefreundlich oder nicht werbefreundlich ist, der hat sich jetzt irgendwie auf mich eingeschossen und sagt immer, ist nicht werbefreundlich. Nein, nein, da hast du ganz böse Sachen erzählt in deinem Video, was völliger Käse ist. In 99% der Fälle gibt es da wirklich überhaupt nichts, was zu beanstanden wäre. Es geht um, ja, ihr wisst es ja selber, es geht um Wald, nicht um sekundäre Geschlechtsmerkmale der Frau beispielsweise. Nur in seltensten Fällen werden die mal über 17 Ecken kurz eine Rolle spielen. Und trotzdem hat der sich jetzt auf mich eingeschossen und ich muss dann jedes Mal manuelle Überprüfung, ob das Video denn nicht doch vielleicht eventuell werbetauglich ist, beantragen. Das dauert bis zu eine Woche und dadurch verzögert sich der ganze Kram ein bisschen nach hinten. Und ja, das führt halt auch dazu, dass ich nicht spontan eben was aufnehme und dann einfach rauskloppen kann, sondern immer warten muss, bis ich es dann mal irgendwann veröffentlichen kann. Das heißt, da ist auch immer eine gewisse, der Vergangenheitsband spricht zu euch, Situation dabei. So, habe ich sonst noch was? Nee, das war's. Das waren die allgemeinen Informationen zu Beginn. In tatsächlich drei bis vier Minuten. Ha! Jo, bin ich mal pünktlich. Und damit legen wir dann auch los mit der Waldfragestunde. So, und damit kommen wir zum ersten Thema. Das ist dann Karateforst, flüssig und das Battle zwischen Svenja und Julia. Svenja und Julia, das sind unsere jeweiligen Ministerinnen für Umwelt und für unter anderem Forst und Landwirtschaft und Verbraucherschutz und was das sonst noch alles macht. Die gute Julia, so genau weiß keiner, ich kann mich auch nicht merken, wie ihr Ministerium eigentlich heißt. Das ist halt so ein Rattenschwanz von Namen, egal. Jedenfalls, die beiden sind sich etwas uneins oder deren Ministerien hinsichtlich der Frage, ob es denn jetzt nun eine gute oder eine schlechte Sache gewesen ist. Karateforst, flüssig, insbesondere im Rahmen der Bekämpfung der Borkenkäfer. Ja, Epidemie kann man es, denke ich, schon nennen. Im Wald durch eben die ausgelöst, vor allem durch vier Fichte, die rumsteht und zweitens durch die Dürre von 2018 und 2019. Ob es da eben eine gute Idee gewesen ist, Karateforst flüssig zur Bekämpfung dieser Borkenkäfer-Epidemie einzusetzen oder nicht, beziehungsweise wie viel man denn davon nun hätte einsetzen dürfen. Außerdem geht es noch vor allen Dingen darum, dass Karateforst flüssig als Mittelching, das zum Einsatz gekommen ist, noch nicht abschließend hundertprozentig wissenschaftlich untersucht ist, welche Spät- und Langzeit- und Kollateralschäden sozusagen durch die Anwendung von Karateforst auftreten können. Das wird jetzt von Seiten der Julia als etwas übertrieben und da kann man mal ein bisschen drauf verzichten. Und es ist ja nicht so, dass das Zeug überhaupt nicht geprüft und gar nicht zugelassen wäre und dass es jetzt nicht dringend erforderlich ist, bevor man das jetzt einsetzt, noch sieben Millionen Studien anfertigen zu lassen. So in diese Richtung wird da argumentiert, weil ja Notfall und Not am Manne ist, von Seiten der Julia. Und von Seiten der Svenja kommt, dass das eben unverantwortlich sei, ein Kontaktinsektizid einzusetzen, wenn man nicht exakt weiß, was denn eigentlich die Folgen von dessen Einsatz, auch die Spät- und Langzeitfolgen von dessen Einsatz genau sind. So und die Zunahme vor allen Dingen vom Einsatz von Karateforst hat eben das die Svenja und Svenja ihrer Untergebene auf den Plan gerufen. Nämlich 2013 wurde in Niedersachsen wohlgemerkt, alle Zahlen Niedersachsen, 3% des geschlagenen Holzes behandelt mit Pflanzenschutzmitteln und 2019 waren es schon 41% des geschlagenen Holzes. Das ist zugegebenermaßen ein enormer Anstieg und mal abgesehen vom prozentualen Anteil ist es auch ein ganz enormer Massenanstieg, weil ja viel mehr geschlagenes Holz 2019 angefallen ist als 2013. Man darf also von einer massiven Zunahme, das muss man schon wirklich Jefferness halber so sagen, vom Einsatz von Karateforst flüssig eben entsprechend ausgehen. So und worüber uns jetzt unterhalten müssen, beziehungsweise mein Statement dazu vorweg, heißt so ein bisschen erstmal locker bleiben. Grundsätzlich ist es ja richtig, dass man hochgradig vorsichtig sein muss, wenn man im Wald mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln oder wie auch immer man das Zeug jeweils nennen möchte, arbeitet. Und man ist da im Wald auch immer hochgradig vorsichtig. Es muss fast immer eine entsprechende Genehmigung vorliegen, dass man überhaupt was einsetzen darf. In seltenen Ausnahmefällen geht es auch so, es gibt enorme Hürden, das was eingesetzt werden darf. Und es wird auch de facto tatsächlich deutschlandweit nur ganz, ganz selten mal was eingesetzt und nur dann, wenn wirklich, um es mal deutlich zu sagen, die Kacke am Dampfen ist. Das war natürlich auch 2019 der Fall und zwar massiv. Und ich hatte es schon mal in irgendeinem anderen Video erwähnt, da war die Situation wirklich so hoffnungslos und alle derartig am Verzweifeln, dass man es einfach auch aus menschlichen Gründen, weil irgendwann dann es nicht mehr möglich ist, wegen Personal, wegen fehlender Technik, wegen Arbeitszeit. Der Tag hat halt nun mal 24 Stunden und ein Teil davon ist dunkel. Da ging es nicht mehr anders, mit anderen Möglichkeiten die weitere Ausbreitung des Käfers zu bekämpfen, als eben mit der chemischen Keule. Und das ist menschlich und fachlich gar keine Frage, dass je nach Bundesland, je nachdem wie intensiv man da betroffen war und je nachdem wie die Personallage kleinräumig dann gewesen ist, einfach nichts anderes übrig blieb, als da auch dann mal auf Karate zurückzugreifen. Ja, so, das grob. Jetzt, was macht Karateforst? Karateforst ist ein Kontakt und, ja, total will ich nicht sagen, aber zumindest ein multi-wirksames Kontaktinsektizid. Das heißt, das sprühst du auf eine Oberfläche. An dieser Oberfläche bleibt es haften, beziehungsweise dringt leicht ein, wenn die Oberfläche eben geeignet ist, Flüssigkeiten aufzunehmen. Zum Beispiel eine getrockene Fichtenrinde, da dringt das auch ein wenig ein in die Rinde. Und dann bleibst du da haften. So, und wenn sich jetzt deswegen Kontaktinsektizid einen Borkenkäfer beispielsweise auf die Fichtenrinde, die man mit Karateforst flüssig behandelt hat, draufsetzt. Ja, es rumpelt ein bisschen im Hintergrund. Ich bin hier, dürfte hier ziemlich safe sein, wo ich sitze. Jedenfalls, wenn man da sich jetzt eben einen Borkenkäfer draufsetzt, dann fällt der plus minus ziemlich schnell tot um. Insbesondere, wenn er versucht, sich dann auch noch in diese Karateforst flüssig behandelte Rinde reinzubohren, keine Chance, dann ist der tot. Ja, und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Kann man auch anwenden, indem man nicht Rinden, sondern Blätter behandelt, um gegen einen bestimmten anderen Käfer, der aber jetzt in den letzten Jahren keine größere Rolle gespielt hat, vorzugehen. Kann man also auch junge Baumbestände, die einzelnen Pflanzen besprühen, wenn es unbedingt sein muss. Das ist schon eine Maßnahme, die deutlich kritischer zu betrachten ist als die Behandlung von Stämmen. Und man kann auch Jungpflanzen vorm Pflanzen kurz einmal kopfüber sozusagen in die Karateforst-Flüssigdose rein tunken und sie dann pflanzen. Dann sind sie halt auch für die ersten Lebenswochen, die sie dann im Wald stehen, erstmal gegen diverse Fressfeinde geschützt und haben eine gute Chance, dann auch vernünftig hochzuwachsen, weil sie dann halt eben einen gewissen Wachstumsbonus haben. All sowas hat in letzter Zeit keine größere Rolle gespielt, sondern die Anwendung, die wir uns eben speziell angucken und die auch 2019 fast ausschließlich zum Einsatz gekommen ist, ist eben die Behandlung von Rinder beziehungsweise von wiegendem Holz nämlich. Die Strategie zur Borkenkäferbekämpfung, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, aber ich möchte jetzt doch noch mal kurz aufgreifen, damit wir alle wissen, wovon wir reden, ist, du findest irgendwo im Wald einen Käferbaum, wo der Käfer drin ist, der Käfer ist aber noch nicht rausgeflogen. Also der Käfer breitet sich jetzt im Baum aus, um dann als ausgewachsener Käfer, nachdem er sämtliche Larvenstadien durchlaufen hat, sich rauszubuchen, davonzufliegen und alle anderen Bäume in der Umgebung schlimmstenfalls auch noch zu befallen. Das möchte man verhindern, also schneidet man den Baum weg, zieht ihn aus dem Wald, legt ihn an die Waldstraße. Gut, jetzt ist er zwar nicht mehr mitten im Bestand, aber an der Waldstraße liegen halt immer noch viel zu nah dran an den Bäumen, denen der Käfer gefährlich werden könnte. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man verhindert, dass der Käfer aus dem Baum ausfliegt und den Rest vom Wald infiziert. Möglichkeit 1, man fährt den Baum sofort aus dem Wald raus, bringt ihn irgendwo weit weg, wo es keine Fichten gibt, die infiziert werden können, Problem gelöst. Möglichkeit 2, man entrindet vor Ort. Das heißt, du schabst schlimmstenfalls nach wie vor händisch mit einer Klinge, die an einem Stock festgemacht ist und aussieht wie so ein Schrubber, als würdest du mit einem Messerschrubber den Stamm entlang schrubben, musst du dem mit dem Schäleisen, nennt sich das Ding, den Stamm komplett entrinden mit Muskelkraft. Das ist schweineanstrengend und kann man quasi nicht bezahlen heutzutage. Natürlich kann man auch Maschinelle entrinden und viele Leute denken, das macht doch der Harvester. Der Harvester ist ja bekanntlich diese große Maschine, die Fichten unten absägt, die Äste absägt und das Ding so schön kleine, kleine Stücke zerlegt und dann gemütlich an die Waldstraße legt, sofern er nah genug da noch dran ist. Das kann der Harvester alles und das ist auch alles prima, was ein Harvester normalerweise nicht kann, bis auf ganz, ganz wenige Hybrid-supertolle Spezialmodelle, die wir in Deutschland quasi nicht im Einsatz haben in der Praxis, kann der nicht entrinden. Der kann entasten, kleinschneiden, fällen, auch bewegen, das was er gefällt hat natürlich, aber das war es dann auch. Das ist schon multifunktional genug, entrinden kann er nicht. Dafür braucht man also nochmal ein spezielles Gerät mit einem langen Arm, also sprich irgendein Baggeraggregat-Gedöns und statt eben der üblichen Baggerschaufel, die man am Bagger kennt, musst du an den Bagger dann halt eben einen Prozessorkopf, der entrinden kann, dransetzen. Und damit kann dann jeder beliebige Bagger mit Wechselaggregat da vorne dran, kann dann auch im Wald eingesetzt werden, um die Stämme da durchzuziehen, durch den Entrinder und die dann vor Ort direkt entrinden. Alternativen gibt es auch noch, dass dann irgendwelche stinknormalen Kräne zum Einsatz kommen und das Ganze in eine Entrindungsmaschine reinschieben, also so ein rundes Loch, in dem halt ein Entrindungsmesser läuft und dann schiebst du den Stamm da durch, eben mit dem Greifarm von irgendeinem Kran. Beispielsweise, ja, ich bin da gerade nicht ganz auf dem aktuellsten Stand der Entrindungstechnik, aber auf sowas läuft es hinaus. Das heißt, man braucht in jedem Fall für effizientes Entrinden vor Ort und das hätte man 2019 überall gebraucht, überall. Ja, in Gesamtdeutschland, in so ziemlich jedem Wald hätte man am liebsten eine Entrindungsmaschine stehen gehabt. Das gibt es nicht. Es ist einfach nicht, das Material ist einfach nicht vorhanden. So viele Entrindungsmaschinen gibt es gar nicht, die man da hätte einsetzen können, außerdem hätte es kein Mensch bezahlen können, dass überall eine rumsteht. Und dementsprechend ist das einfach unmöglich gewesen, Entrinden im größeren Umfang durchzuführen. Aber wenn dann doch entrindet ist, dann kann sich der Käfer quasi unter der Rinde nicht mehr verstecken und er trocknet schlicht und ergreifend aus. Er braucht dieses feuchte Klima in der Rinde, um seinen Wasserhaushalt aufrecht zu erhalten und ohne Rinde, abgesehen davon, dass er von jedem anderen, der Interesse am Borkenkäfer hat, gefressen werden kann. Das sind dann potenziell sehr, sehr viele. Wenn der völlig ungeschützt und ganz einfach zu kriegen ist, dann ist das gar kein Problem, dass er dann quasi schutzlos den Elementen und den Fressfeinden ausgeliefert ist und sobald der Baum entrindet ist, fliegt da auch kein Käfer mehr raus. Es ist vielleicht ein oder zwei Tage vor dem Datum, wo er sowieso rausgeflogen wäre. Gut, also entrinden wirtschaftlich gesehen meistens keine Option. Was kann man sonst noch machen? Ja, man kann neben entrinden, Holz direkt abfahren, auch noch Holz wenigstens so weit weg von den nächsten Fichten, lagern, dass da nach Möglichkeit 500 Meter Entfernung zur nächsten Fichte dazwischen liegen, weil der Borkenkäfer, wenn er dann aus dem Stamm kommt und losfliegt, selten weiter als 500 Meter kommt. Da aber die Borkenkäferdichte 2019 so unglaublich hoch gewesen ist, hat das in vielen Fällen auch nicht funktioniert, weil einfach eine minimale Chance besteht, dass es dann doch noch einzelne Käfer über mehr als 500 Meter schaffen. In normalen Jahren ist diese Chance so niedrig, dass die paar Käfer, die das hinkriegen, keine Gefahr darstellen. Aber selbst wenn es nur 0,1 Prozent aller Käfer schaffen, 0,1 Prozent von, keine Ahnung, 1000 Billionen Käfern pro Hektar oder wie viele auch immer das gewesen sein müssen, zu Hochzeiten und zu Maximalzeiten, als da wirklich alles unterwegs war, das reicht immer noch. Also alles, was wir bisher mal so über den Käfer gelernt haben, gilt ab einer gewissen Menge von Käfer nicht mehr. Das waren einfach so unendlich viele, dass da wirklich nichts mehr ging. Und darum hat also auch diese Lagerung weit weg von der nächsten Fichte in vielen Fällen entweder nicht geholfen oder war einfach nicht möglich, weil man auch gar keinen Platz hatte, der 500 Meter von der nächsten Fichte entfernt ist. Wenn du halt einen fichtendominierten Wald hast, hast du überall Fichte. Dann kannst du das Zeug auch nicht von den Fichten weg, jedenfalls nicht einfach von den Fichten weg lagern. Und auch Holzlagerplätze, die dann außerhalb des Waldes liegen, die müssen ja auch erst mal 500 Meter vom Wald weg sein. Und je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel in irgendeinem engen Tal ist, da gibt es keinen einzigen Bereich, das gesamte Tal lang nicht, der 500 Meter vom nächsten Wald weg wäre. Also es gibt viele Beispiele für Regionen in Deutschland, in denen ein käfergeschütztes Holz lagern nahezu unmöglich ist. So, und wenn man es nicht käfergeschützt, im Sinne von durch Abstand käfergeschützt lagern kann, dann kann man es nur noch käfergeschützt lagern, indem man irgendwas anderes macht, das verhindert, dass da der Käfer reingeht ins Holz. Und da gibt es jetzt noch zweigängige Möglichkeiten, möglich neben Entrinden. Wasser drüber, also Nasslager, das kennen wir vor allen Dingen aus Zeiten von großen Stürmen, das dann gerne mal entlang der Flüsse in irgendwelchen Gebirgstälern, Kinzig, Murk, zwei Beispiele bei mir aus dem Schwarzwald, am Rhein hat man sowas auch schon gesehen, große Holz-Nasslager angelegt werden, wo dann riesige Mengen von Stömmen rumliegen und die werden alle mit so kleinen Sprenkleranlagen die ganze Zeit bewässert. Das war auch schwierig 2019, weil schlicht und ergreifend gar nicht genügend Wasser da gewesen ist und die Menge, die man zur Bewässerung gebraucht hätte, bei vielen kleineren Bachtälern und Flusstälern, hätte den gesamten Fluss trockengelegt auf die Dauer. Deswegen war Bewässerung in diesem Umfang auch nicht möglich. Und außerdem hat man nicht überall einen Fluss, der groß genug wäre, um die Wassermenge zum Bewässern zur Verfügung zu stellen. So, und dann bringt uns das jetzt nach langer Rede doch wieder zurück zu Karateforst. Denn wenn du Karateforst drüber kippst, haben sich deine Probleme gelöst, sozusagen. Wirtschaftlich gesehen und was die Käferausbreitung angeht, ist Karateforst eine günstige, einfach durchzuführende, nachhaltige, im Sinne von der Käfer ist tot, bis die Wirkung von Karateforst nachlässt, ist da kein Käfer mehr im Stamm, mit Sicherheit nicht. Ja, praktikable Lösung. Das muss man der Fairness halber wirklich so sagen. Also wenn du die weitere Ausbreitung vom Käfer verhindern willst, legst du deine Stämme irgendwo schön hin, schön ordentlich geordnet, keinen zu großen Polter machen, das steht auch in der Gebrauchsanweisung zu Karateforst. Alles ausführlichst beschrieben, da weiß man ganz genau, wie man das anwenden soll, und nur so, nicht anders. Nämlich, Polter darf nicht höher als 2 Meter sein, einfach damit er eine gewisse Mindestgröße nicht überschreitet, und damit auch die Gesamtkonzentration von Karateforst, die an einem Punkt ausgebracht wird, einfach nicht allzu groß wird. Der soll auch nicht mehr als so und so viel Kubikmeter Holz enthalten. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. So, und dann gehst du da hin und sprühst gezielt über deinen Haufen Fichtenholz Karateforst. So, und wichtig, nur über deinen Haufen Karateforst, äh, Fichtenholz sprühen. Das heißt, man kann das wirklich gezielt mit einer entsprechenden Düse, mit so einem Pflanzenschutzmittelsprüher, haben wir alle schon mal gesehen, aus Tomatenfeldern oder sonst woher, mit sowas geht man da wirklich gezielt rüber und guckt, dass man zielt, dass man das Zeug auch nicht hier überall in den Wald, la 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 la, sondern wirklich nur da drauf, wo es auch hin soll und mit der vorgeschriebenen Menge. Und die vorgeschriebene Menge ist gar nicht mal so viel. Das sind dann also überschaubare Dosen von dem Zeug und trotzdem wirkt es, ja. Also man darf da nicht nach dem Prinzip viel hilft viel hingehen und da kilo-, ja, literweise, rundverdünnt, Karateforst drüber kübeln, das natürlich nicht, sondern schön nach Anweisung. So, und dabei ist wichtig, Karateforst ist kein harmloses Zeug. Das ist bei Verschlucken giftig, für uns zum Beispiel, für andere Tiere auch, insbesondere natürlich für Insekten, haha. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr gewässerschädlich. Also sehr giftig und sehr schädlich, wenn es in Gewässer gerät. Und daher gibt es eine einfache Regel. Zwischen dem Polter, den man mit Karateforst, also dem Holzstabel, behandelt und dem nächsten Fließgewässer müssen mindestens 30 oder 40, ich glaube, es waren 40, kann man ja im Zweifel auch 50 machen, um auf Nummer sicher zu gehen, Meter unverdichteter Waldboden liegen. So was wie hinter mir. Warum so was? Na ganz einfach, weil, wenn es jetzt regnet, auf die Vorstraße. Und auf der Vorstraße fließt das Wasser natürlich durch den Polter, wäscht da auch eine gewisse Menge Karateforst ab. Und dieses Karateforst-haltige Wasser fließt jetzt hier zum Beispiel diesen Hang runter. Und da hinten ist der Bach, der ist da tatsächlich. Und wenn jetzt allerdings 40 Meter unverdichteter Waldboden dazwischen liegen, dann hat Karateforst von der Waldstraße bis zum Bach keine Chance, die Oberflächen wassertechnisch zurückzulegen und da wirklich direkt in den Wald zu kommen. Das fließt vielleicht 3, 4 Meter im Waldboden noch ein bisschen oberflächlich und danach ist es so tief versickert in einem normalen Waldboden und beziehungsweise wurde so stark von zum Beispiel der Kationenaustauschkapazität eines Waldbodens, um mal klug zu scheißen, aufgenommen und hängt da am Filter des Waldbodens sozusagen fest, dass es da langsam biologisch abgebaut wird und es besteht wirklich nicht die geringste Chance bei 40 Meter. Das ist wirklich eine extrem hohe Distanz. Das ist viel mehr, als man wahrscheinlich bräuchte. Sicherheitshalber halt. Und das ist auch richtig so, dass es 40 Meter sind. Ja, ich sage nicht, das soll weniger sein. Gar nicht. Aber 40 Meter ist wirklich ein guter, guter Puffer. Da besteht realistisch betrachtet wirklich keine Chance, dass das bis zum Bach kommt. Es sei denn eben, es wird dumm angewendet, zum Beispiel flächenmäßig über den ganzen Wald gesprüht oder mit dem Feuerwehrschlauch über die Holzpolter gegossen oder solche Späße, ja. Aber das darf man nicht. Jetzt hoffen wir halt einfach mal, dass die Leute im Forst in Niedersachsen das alle wissen. Davon darf man ausgehen. Und das auch alle nicht so machen. Also beziehungsweise richtig machen und nicht falsch. Und da gehe ich schwer davon aus, dass das dann auch tatsächlich so ist. So, in diesem Fall und unter diesen Bedingungen und in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, was gegen den Borkenkäfer zu tun, kann ich jetzt beim besten Willen mich der Kritik vom Bundesumweltamt nicht anschließen und kann nur sagen, nur 41% des geschlagenen Holzes mussten in Niedersachsen mit Karate-Forst behandelt werden. Ja, das hätte auch noch schlimmer kommen können. Und ja, es gibt Bundesländer, die haben erheblich geringer, die haben komplett auf Insektizide verzichtet und trotzdem irgendwie ihre Fichtenholzflächen so halbwegs in den Griff bekommen. Aber da vergleichen wir ein bisschen Äpfel mit Birnen. Die Bundesländer, die da nämlich vollständig drauf verzichtet haben, sind zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hatte schon vor dem großen Fichtensterben jetzt durch den Borkenkäfer eine bundesweit gesehen super geringe Fichtenfläche. Das heißt, die Menge an Fichtenschadholz, die denen anfallen konnte und die Menge an möglichen Borkenkäfer, der in Rheinland-Pfalz unterwegs sein konnte, war von vornherein schon eine ganz, ganz andere als beispielsweise in Niedersachsen mit großen, riesigen zum Teil zusammen. umhängenden Fichtenflächen. Und Niedersachsen beinhaltet zum Beispiel auch die Gebiete um den Borken, wo die Katastrophe wirklich ganz gigantisch gewesen ist und das Fichtensterben enorme Ausmaße angenommen hat. Der eine oder andere kann uns in den Kommentaren sicherlich was davon berichten, wenn er Lust hat. Und ja, also so gesehen, ich bin da wirklich, nicht weil ich sie so toll finde, aber in diesem Fall wirklich auf Seite der Julia, wenn es um den Julia vs. Svenja Streit geht. Denn da ist schon die Notwendigkeit zur Ausbringung gegeben gewesen. Und zwar so sehr, dass man dann auch wirklich, auch wenn ich das ungern sage, akzeptieren kann, dass die Forschungslage zu Langzeitschäden von Karateforst nicht besonders gut ist. Denn, was wir uns jetzt folgendes auch noch überlegen müssen, was man generell wissen muss zu Insektiziden, insbesondere wenn sie nur eine begrenzte Wirksamkeit haben, die bringst du punktuell, und nochmal, punktuell bringst du die aus. Jeder, der sich jetzt auf deinen Stapel Holz setzt, stirbt als Käfer. Das sind vor allen Dingen die Borkenkäfer, das sind aber eben auch nützliche Käfer und vielleicht sogar unter Schutz stehende und vielleicht sogar seltene Käfer, die sich dann punktuell mal auf diesen Holzstapel setzen und dann tatsächlich sterben. Ist das ein Verlust? Ja. Ist das schade? Ja, absolut. Kann man das vermeiden? Nee, nicht wirklich. Und wie schlimm ist es denn jetzt nun, wenn das mal passiert, beziehungsweise gehen wir mal von einem ganz schlimmen Szenario aus, dass 50 Meter im Umkreis von so einem behandelten Karateforst-Holzstapel tatsächlich die potenziell durch Karateforst zu killende Insektenfauna massiv zurückgeht, weil sich jeder, der dann dagegen unterwegs ist und irgendwann mal auf den Karateforststapel gesetzt hat, innerhalb der Wirkungszeit. Das heißt, die Population der Insekten in der Ernährung und Umgebung wird massiv reduziert. Jetzt lässt die Wirkung von Karateforst nach. Wir gehen davon aus, dass die Fichten im weiteren Umkreis jetzt inzwischen alle weg sind. Das heißt, es wird keine weitere Notwendigkeit von Karateforst geben. Und jetzt hat der Wald viele, viele Jahre, wahrscheinlich eher Jahrzehnte, Zeit, um eben auf diesen 50 Metern im Umkreis von eben diesem Karateforstisierten Holzstapel die Insektenfauna sich wieder erholen zu lassen. Was spricht dagegen, dass die das tut? Nix. Sind da irgendwelche Langzeitfolgen? Rein von der Logik her und von den bisherigen Erfahrungen mit Insektiziden zu erwarten? Nö. So, und jetzt mag der eine oder andere vielleicht auf die Idee kommen, ja, aber Glyphosat killt ja auch langfristig die Bienen. Und Glyphosat beispielsweise ist ja Schuld am gesamten Insektensterben. Also zumindest mit Schuld darf man schon so sagen. Oder Insektizide generell in der Landwirtschaft sind mit Schuld am Gesamtinsektensterben. Das darf man sicherlich auch irgendwo so sagen. Ist also ein bisschen pauschalisiert und natürlich etwas einfach ausgedrückt. Aber ja. Und selbstverständlich verbessert es nicht die Lage der Insekten, wenn wir jetzt im Wald selbst wenn es nur punktuell ist, auch nochmal einzelne Polter hinstellen und diese Polter dann eben mit Karateforst behandeln. Aber, ja, wesentlicher Unterschied, ganz wesentlicher Unterschied im Vergleich zum Beispiel zu Glyphosat in der Landwirtschaft und dazu habe ich nachher auch noch einen kleinen Satz zu sagen oder auch ein paar. Denn das ist eine einmalige, punktuelle, wahrscheinlich sich in nächster Zeit nicht wiederholende Einzelanwendung. Es ist jetzt nicht so, dass das gesamte System Forstwirtschaft langfristig jetzt plötzlich auf die Verwendung im großen Umfang von Pflanzenschutzmittel umsteigen würde. Wir hatten die größte bisher in historischer Zeit nie dagewesene Waldverlustkatastrophe durch die riesigen Borkenkäfermengen, die da unterwegs waren. Also das ist die größte biotische Waldkatastrophe in historischer Zeit, die wir irgendwie nachweisen können. Das muss man sich nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also eine absolute Ausnahmesituation, in der man dann halt auch mal zu drastischen Mitteln greifen muss, die Kollateralschaden haben. Haben sie, ja. Aber das ist eben nicht die Regel und wird auch in Zukunft nicht die Regel sein. Selbst wenn wir sagen, okay, Extremwetterereignisse im Wald nehmen zu, das tun sie, zweifellos, aber dann irgendwann sind die Fichten halt weg und irgendwann gibt es diese Monokulturen, die natürlich mitverantwortlich für die Ausbreitung einzelner auf einer Baumart spezialisierte Schadinsekten sind, die sind dann auch irgendwann weg. Und damit kann zumindest das Problem der sich durch Monokultur bedingt massenhaft ausbreitenden Insekten, das ist, das hat sich erledigt. Das ist ein temporäres Problem und hat nichts mit dem Systemforst an sich zu tun. Und deswegen muss man wirklich da unterscheiden zwischen eben dieser kurzfristigen Pflanzenschutzmitteleinsatz Geschichte und der Tatsache, dass Glyphosat jedes Jahr erneut auf den Acker kommt. Und da ist es systemisch dauerhaft angewendet über, wenn man die Landwirte lässt, was man zum Teil auch durchaus in mancherlei Hinsicht drüber nachdenken sollte, ob man es nicht wirklich tut, also sie lassen, ja, dann machen die da weiter. Und das geht dann noch Jahrzehnte und Jahrhunderte und, ja, bis uns was Besseres einfällt im krassesten Fall. Und nämlich auch bei Glyphosat beispielsweise. Ja, ich weiß, das ist so eines der verhasstesten Mittelchen, die es so gibt auf dem Planeten, aber auch Glyphosat hat, und jetzt mache ich mich ganz unbeliebt, bei richtiger, wohldosierter, gut überlegter und fachgemäßer Anwendung hat das Zeug eine gewisse Berechtigung und kann extrem hilfreich sein. Ja, das muss einem, es kommt halt eben drauf an, ob du Glyphosat im Ami-Style ausbringst, sprich, du pflanzt Glyphosat resistenten Mais, da drin wächst zusätzlich normales Unkraut und jetzt fliegst du mit dem Flieger drüber und sprühst alles mit riesigem Sprühnebel alles ein und wunderst dich, dass wenn deine Kinder da drin spielen, die dann irgendwann Krebs bekommen. Ja, das ist die eine Variante. Die andere Variante spricht der fachgemäße Einsatz im Rahmen von moderner Landwirtschaft. Moderne Landwirtschaft heißt nicht zwingend immer gleich Ausbeutung und Massenlandwirtschaft, sondern auch, das hat man mal eine Zeit lang drüber nachgedacht inzwischen. Da sind nicht nur Idioten unterwegs auf dem Acker, sondern auch durchaus Leute, die da wirklich drüber nachgedacht haben und eine durchaus sinnmachende und auch eine schonende, ja, es gibt schonende Anwendung von Glyphosat-Anwendung ist eben die, dass man zum Beispiel kurz vor der Aussaat, ja, wenn der Acker quasi jetzt mit Unkraut, in Anführungszeichen, ja, für die landwirtschaftliche Nutzung ungeeignetes Kraut, nenne ich es jetzt einfach mal, voll ist, dass man in diesem Punkt, ja, bevor man vorhat, auszusäen und nachdem man gepflügt hat und jetzt das Unkraut kommt, wenn man dann mit einer sehr geringen, gerade so ausreichenden Menge Glyphosat, das in Bodennähe ausbringt, ja, also mit so einem Sprühgerät, eben nicht Sprühgerät, sondern so einem kleinen, wie die Dinger, mit denen sie auch die Jauche verteilen, ja, diese Rechen, die hinten am Traktor hängen, in Anführungszeichen, mit so vielen kleinen Öffnungen, wo dann eben Flüssigkeit abgegeben werden kann. Wenn du mit sowas dann über den Acker fährst und eine winzige Menge, vergleichsweise winzige Menge, verglichen mit dem, was die Amis machen, Glyphosat ausbringst, um sämtliches Unkraut kurz zu killen und danach dann regulär deine Nutzpflanze pflanzt, deine normale Nutzpflanze, nicht irgendwas gentechnisch verändert ist, damit es gegen Glyphosat immun ist, weil das bisschen Glyphosat, was du eingesetzt hast, ist nämlich schon wieder weg, beziehungsweise im Boden so gebunden, dass es keinen Schaden mehr anrichten kann und wird irgendwann tatsächlich auch, das dauert zwar ein Weiching, aber in geringer Menge geht es, biologisch abgebaut, und darauf pflanzt du jetzt deine Nutzpflanze und jetzt kann deine Nutzpflanze auf dem sozusagen sterilen Acker, wo es keine Konkurrenz durch Acker und Kräuter gibt, hochwachsen. So, und das, solche Anwendung tötet keine Bienen, verursacht keinen Krebs, weil in der Anwendung, bei Menschen, bei Tieren, bei sonst wem, weil in der Anwendung eben Schutzkleidung getragen wurde, weil möglicherweise noch eine Maske getragen wurde und man wirklich aufgepasst hat, wenn man mit dem Zeug hantiert und vor allen Dingen, weil die Mengen am ausgebrachten Gift eben irgendwo sich im Rahmen halten. Ja, und da können wir den guten alten Paracelsus nochmal rausholen, alles ist Gift, allein die Dosis macht, dass etwas nicht Gift ist und die Mengen an Glyphosat, die der Ami einsetzt, oder eingesetzt hat, ich will denen jetzt auch nicht unterstellen, dass die nicht lernfähig sind, das ist halt wirklich was anderes, als ein punktuell überlegter Einsatz von Glyphosat in moderner Landwirtschaft oder noch viel krass was anderes als ganz kleines bisschen auf einem Bruchteil, auf einem winzigen Bruchteil der Waldfläche und dann auch noch auf der Waldstraße, wo das gar nicht direkt im Boden versickern kann, ein bisschen Karateforst einzusetzen. Also wir müssen da schon differenzieren. Ich bin kein Fan von Pflanzenschutzmitteln, ganz bestimmt nicht und ich will Pflanzenschutzmittel jetzt in dem Sinne auch nicht in Schutz nehmen oder sonst wie, aber manchmal rechtfertigt der Zweck die Mittel. Das gibt es hin und wieder. Wenn die Katastrophe groß genug ist, dann kann es mal gerechtfertigt sein für 30, 40, 50 Quadratmeter stark in der Insektenpopulation geschädigten Wald verantwortlich zu sein, wenn man damit das weitere Bestehen eines Waldes, der diese Bezeichnung verdient, sicherstellen kann. Ah, und was ich noch vergessen habe, Populationsschwankungen bei Insekten, dass die also kleinräumig mal irgendwo in ihre Population massiv zurückgehen, das ist normal. Das ist für Insekten keine große Besonderheit. Bei vielen Insektenpopulationen ist alleine ein regelmäßig stattfindender Winter schuld dran, dass die quasi um das Hundertfache schwanken in der individuellen Anzahl, die gerade in der Gegend unterwegs sind. Nur ganz wenige überleben den Winter, nur die sind dann in der Lage, sich das nächste Mal fortzupflanzen. Dann sind, wenn sämtliche Jungviecher unterwegs sind, ist alles voll mit den Viechern. Da sind tausendmal so viele wie im Winter unterwegs oder zehntausend oder eine Million mal so viele. Auch das kann es geben und dann sind sie alle, alle, alle wieder weg. Und auch, dass es temporär hin und wieder mal Massenvermehrungen gibt, sprich Heuschweckenschwärme, die zum Beispiel alles wegfressen und nur alle paar Jahre mal auftreten, das ist ein natürlicher Prozess. Das kann sich verändern durch die Einflüsse, die wir so auf die Landnutzung und so weiter und so fort haben. Aber das gab es auch schon vor uns. Vielleicht weniger häufig, vielleicht auch noch häufiger, das weiß ich nicht, ich bin da jetzt nicht in der Thematik drin. Ich will nur darauf hinaus, dass eben Populationsschwankungen bei Insekten im riesigen Umfang wirklich artspezifisch und normal sind und drum auch eben ein massiver Populationsrückgang hier und da mal kleinräumig für Insekten einfach zu verkraften ist, weil es die von ihrer Biologie her auch gewöhnt sind, dass sie mal fast alle dahin gerafft werden. Das kennen die quasi. Also so darf man das vielleicht auch noch mal sehen und das wäre vielleicht noch wichtig, das noch mal kurz hinzuzufügen und zu erwähnen, was eben die Kolliteralschäden von Karateforst angeht. Und da mag ich aus dem Schnitt noch kurz ergänzen, vor allen Dingen handelt es sich ja bei dieser Populationseinschränkung der Insekten durch eben Karateforst, auch der nützlichen Insekten, ja nur um ein kurzfristiges Ereignis, was mal in einer Sondersituation, sprich nach eben dem Dürresommer 18, 19, eintritt und danach nicht mehr regelmäßig stattfindet. Und das, solche kurzfristigen Populationseinschränkungen, die sind auch nicht die Ursache für das globale Insektensterben, was wir beobachten, sondern das sind langfristige systemische Veränderungen, wie eben die Beschaffenheit der Erdoberfläche, der Anteil der Felder, in denen ein normales Insekt sich nicht ausbreiten kann, was da eben Pflanzenschutzmittel regelmäßig gibt, der Rückgang der Wälder und die Verstädterung der Landschaft und 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 all so ein Zeug. Das sind die Treiber des Insektensterbens, eine kurzfristige Mini-Anwendung von einem Pflanzenschutzmittel, das ist hingegen durchaus zu verkraften, das macht es jetzt nicht besser, das Insektensterben, das sicherlich nicht, aber ja, wie gesagt, Risiko, Nutzen, Abwägung, beziehungsweise der Zweck heiligt manchmal auch ein bisschen die Mittel. So, aber damit haben wir es jetzt wirklich, das wäre mein Beitrag zu dem Thema gewesen, ihr seid selbstverständlich herzlich eingeladen, mit guten Argumenten, mich vom Gegenteil zu überzeugen und zu sagen, dass jedes Pflanzenschutzmittel, egal wie wenig, immer zu viel ist und es keine Situation gibt, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Wald jemals rechtfertigen kann, auch nicht der Verlust von Millionen beziehungsweise Milliarden von Euro durch völligen Zusammenbruch der Fichtenholzwirtschaft und all die pleitigen Waldbesitzer, die gefälligst lieber pleite gehen sollen, als mal ein kleines bisschen Karateforst einzusetzen. Das muss man ja auch noch so sehen, da hängen ja auch noch menschliche Schicksäler dran und wenn dir wirklich dein komplettes Vermögen daher hingerafft wird und du dabei zugucken kannst oder große Teile deines Vermögens, wenn es jetzt Privatwaldbesitzer sind, die werden nicht allein vom Wald leben können, aber die haben da wirklich ihr Sparbuch in Form vom Holz rumstehen und wenn du dabei zugucken kannst, wie dein Sparbuch gelehrt wird von einem Vieh namens Ips Typographus, also Fichten, Borken, Käfer, Buchdrucker, da ist es halt einfach menschlich auch nachvollziehbar, wenn die dann halt eben mal auch mal ein bisschen zu Notfalls- Schädlingsbekämpfungs- Chemiekeule greifen, finde ich. Aber wie gesagt, ihr dürft gerne anderer Meinung sein und natürlich kann man jetzt mit dem Argument kommen, ja hätten sie niemals Wichte gepflanzt, aber zum Teil waren sie es ja nicht selber, sondern ihr Großvater, ihr Urgroßvater, je nach Situation und selten ist derjenige, der jetzt einen Wald bewirtschaftet, dafür verantwortlich, was da genau rumsteht. Das ist halt eben dieses Generationenproblem bei Forstgeschichten. Das muss man auch noch im Hinterkopf behalten. So, aber jetzt haben wir es wirklich.